Tja, so sieht das Wetter in den kommenden Tagen aus. Es gibt einmal sehr viel Regen im Süden, aber auch viel Schneefall im Norden. So, schon am Freitagvormittag geht es los. Schneefall setzt einen von Ostfriesland runter bis in die Lausitz und teilweise gibt es richtig viel Schnee. Also bis zu 20 Zentimeter können da runterkommen, insbesondere eben von Ostfriesland bis nach Magdeburg. Auch im Harz fällt sehr viel Schnee. Nach Süden hin kann es auch mal Schneeregen sein oder auch nasser Schnee. Aber der Schneefall hat sich etwas nach Norden verlagert und damit bekommt auch Hamburg Schnee ab und auch Berlin. Da sehen wir schon mal Mengen von bis zu 10 Zentimeter und das schneit sogar in Kiel und wahrscheinlich sogar in Rostock in der Nacht zu Samstag auf jeden Fall. So, am Samstag selber nimmt dann der Schneefall langsam ab und verlagert sich etwas nach Süden. Im Süden hat es dann sehr stark geregt. Der Schnee ist dann im Prinzip weggetaut, aber dann gibt es Sonntag nochmal eine neue Schneedecke obendrauf sozusagen. Allerdings liegt der Schneeschwerpunkt eindeutig in Norddeutschland. Also wie gesagt, der markanteste Schneefall in diesem Winter bisher in Norddeutschland steht direkt vor der Tür. Und da kann man schon mal den Schlitten fertig machen, denn tatsächlich würde es wohl zum Schlittenfahren reichen in weiten Teilen. Und man muss auch sagen, es kann sehr glatt werden. Also bitte auf den Straßen aufpassen. Der Schnee bleibt auch erstmal liegen im Norden, denn es wird erstmal kälter, ehe dann nächste Woche wahrscheinlich wieder Warmluft zu uns kommt. Die besten Feiersagen für Ihren Ort finden Sie auf www.weiter.com